Musik So, let's go Okay, nochmal an alle, viel, viel Spaß Viel Spaß, viel Erfolg Danke, gleichfalls Und keine unüberlegten Sachen bitte machen Es gibt keine Einführungsrunde, Leute Keine Einführungsrunde Nee, geht direkt los Nee, es geht direkt los Jumpstart ist Drive-Thru Let's go Oh, schlechter Start von mir Muss sofort zwei Plätze abgeben Drei Plätze Und von mich Ey, Alter Oh Milo hat sich da verbremst Oh, Juno, pass auf Oh, Juno ist mir in die Seite Das wundert mich jetzt nicht Da muss er besser aufpassen Aber kaum Schaden, also alles gut noch Ein Platz gut gemacht Oh, ich hab das richtig komische Gefühl, dass das Fast Feedback falsch rum ist Invertiert Invertiertes Vorsicht Genau Ja, schlechter Start auf jeden Fall von mir Zurückgefallen um drei Plätze Aber jetzt kommt die Aufholjagd, Freunde Und schon hat's gedreht hinten Ist mir dann meine schlechte Linie gefolgt Und ich hab's halt gut gefangen Und er hat sich dann weggedreht Das hat keiner gesehen Ja, irgendwie komm ich mit dem Auto noch nicht so richtig klar Vielleicht einfach, weil er ein bisschen schwerer ist Stimmt Habe ich auch gerade genommen, ne Alternativ-Router Gut für mich Kann ich die Lücke schnellstmöglich schließen Ich muss jetzt schnell Auf die Eins Zu mehrer Seiten kommen Vorne wird gefightet Vorbei an Adi Noch nicht, noch nicht Und jetzt Platz drei Da würden wir wahrscheinlich hinten reinballern Ja, wurde er Alter, du kannst doch nicht immer überall reinstechen Das war mal ein Verstappen-Mangel, würde ich mal sagen Tschüss Das war die Max Verstappen-Gedächtnis-Kurve Oh, und Mark hat's gedreht Mark hat's gedreht Schmeckt mir natürlich Schmeckt mir Und jetzt machen wir Jagd auf Darius Nix da Mal sehen, ob wir da ranfahren können Oder ob er mir wegzieht Oh, gab das ne Penalty, Michi? Ne Penalty nicht Ah, Frechheit Ist mir eben klar, oder was? Ne Sagt er Kleinen Ausflug gemacht, oder? Ja, ein bisschen Also, nicht schlimm Ob dieser dann Ausflug gemacht? Ah, die Lücke zu Darius wird aktuell noch nicht kleiner Fährt das ganz gut Aber ich will, dass du weißt, dass ich da ran bin Atme in deinen Nacken Ist doch kein Gegner, ey Komm, ein bisschen Psychoterror nach vorne 2,5 Sekunden Scheiße, ich bin schon wieder abgekommen Oh, da muss er die Alternativroute nehmen Erste Kurve habe ich irgendwie noch nicht so Das wird auf jeden Fall ein bisschen Zeit gekostet haben Und ein Ausritt Da gab es einen Ausritt Oh, Florian war es Oh, Florian war es Platz 2, Idris Da fällt er zurück, kommt nicht aus dem Gras Platz 2, Junge, come on, come on, come on Darius und Joe auf 2 und 3 Was ist hier los? Oh, das wird noch richtig spannend Ich fahre eigentlich gerade ganz chillig da umeinander vorne Ja, Ruhe selbst Ich fahre eigentlich ganz chillig gerade mit 8 Sekunden Abstand Ist bloß bremsen, lenken, Gas geben Das war so geil Und ein bisschen schalten Ein bisschen schalten, dann habe ich 8 Sekunden Abstand Naja Fuck Podium bleibt aber spannend Flo wird von hinten drücken Jonas wird auch von hinten drücken Und ich will natürlich schon schauen, ob ich Darius schlagen kann Darius, jetzt mal direkt ein bisschen schneller fahren 10 Sekunden Abstand nur noch Kritisch Nur noch Blick in den Rückspiegel Ist da Flo ist auch auf der Hängerstraight Wir sind nah weiter Ich bin auf der Geraden Meine Gänge passen 0 Ich glaube, die Lücke wird kleiner zu Darius Optisch zumindest Das ist doch Quatsch Ah, hier ist dein Exit immer irgendwie ein bisschen besser als meiner Da verliere ich die meiste Zeit Jetzt kommen wir zu weiter Sekunden Ich bin ziemlich langsam in der ersten Kurve Und in der Spitzsphäre nach unten Wo es auf die langen Geraden geht Da verliere ich am meisten Zeit Real-Time, das war's doch, oder? Ja, genau die Real-Time jetzt aus Kleiner Verbremser bei mir Ja, Flo hat die Lücke schon geschlossen Oh, was ein Dreiergespann hier, ey, Alter Bei mich zumindest Sehen jetzt auch schon im Helicorsa gerade kurz Ja, ich mach jetzt Full Send bei der Schikale Das ist klar, ne? Send it! Ich bin aktuell schneller als Jonas Ja, ich defende auch, du Horst Ja, das schmeckt mir doch Mach doch da hinten deinen Schuss Los, du schnell Oh, lieber Ohlman, lieber Ohl Oh, was? Oh, 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 oh Ah, da kam ein Hack, sorry Ja, bitte Flügel habe ich jetzt ein bisschen, ähm An der Nase habe ich jetzt ein bisschen Schaden Da wollte er zu viel Da wollte er zu viel Aber läuft noch dein Auto, oder? Ja, geht so Bin noch über den Sausage-Körb drüber Darius mit der Riesen-Chance auf Platz 2 Weil ich habe viel Zeit verloren Achso, ja, dann den One habe ich schon Der jetzt erkennt der Naxx-D Okay Das ist wahrscheinlich Milo Äh, Terstak oder wie? Oh, nein! Oh, Andrea von Darius Andrea von Darius Andrea von Darius, ich bin da Und staub ab Das kann es nicht sein Champion of the 2, run away Run away Oh, Darius ist aber noch da Ist das noch da? Oh, schweiß Sieben Runden noch Was ne Spannung im Race of the Champions 3, Freunde Die erste Kurve, die macht mich wahnsinnig mit dem Auto Ich versuche das jetzt einfach sauber runterzufahren Blu-Flag, Blu-Flag, Blu-Flag Come on, Blu-Flag Shono, Blu-Flag, Blu-Flag Shono, Blu-Flag! Blu-Flag! What are we doing? Racing or Ping-Pong? Warum nicht beides? Oh, wenn das kein Foto wert ist Hier, Rad an Rad mit Shono Gute Idee, ich stopp Ich stopp noch mal, dass wir gleich sparschen Oh, da kommt wieder ne Überrundung auf Ist das schon wieder Shono? Ja Sieht so aus, ja Ist vielleicht auch nochmal richtig gedreht Nö, meine Reifen sind im Marsch Was bist du da gefahren, Medium? Mhm Ja, also bei den Reifen will ich in AC Oder Seiten auf den Strich schauen, oder? Ja Ja, und der ist rot Ja, dann wird sie abgefahren Ich hab mich auch einmal gedreht Deswegen sind die Reifen eher ein bisschen im Sack Ja Ich hab das nicht an Will gar nicht wissen, was mit meinen Reifen ist Ja, ich hab's halt so hergenommen, dass es gerade ganz aus ist Aufsteht auf, aufsteht auf So, letzte Runde, Jungs Gott, Shono, ich komme Shono, schieß ihn ab Timo, schieb ihn raus, komm Macht Platz, danke Sehr fair, danke Shono, roll Ah, alles klar, gut Leaders on the final lap Da bin ich auch Sag ich schon mal GG an der Stelle Letzte Runde des Rennens, Nummer 1 Im Race of the Champions 3 Viel Drama haben wir gesehen Dreher Unfälle Shono ist abgeflogen mit, äh, Motor, Motor hat gequalmt What? Ja Das hab ich ja noch nie gesehen Komplette Karre ist aufgequalmt gerade Wurde sein, dass es irgendwie deine Reifen war Davon brauchen wir Bilder Aber der ist komplett abgeflogen Ich bin nicht zuständig Als wäre die Karre aufgebracht Drei, P1, Zervoll Glückwunsch War zwar leichter als gedacht Gib uns Donuts Stimmt, Donuts müssen wir noch machen Die ersten, ersten drei Und die Hupen Yes Ja Gigi, Alter Keine Fehler P2, P2 Williams und P2 P3, wow Podium Willkommen in 2015 Sorry Oh, jetzt ist alles im Arsch Meine Reifen sind durch Donuts ist echt GG Also bei so einem beschissenen Start, den du hattest Noch auf P2 ist krass Also wirklich Ja, ich war P7 von 8 Nach dem Start Also GG, Alter Das war echt stark Sauber, Drive Keine Fehler gemacht Glückwunsch Richtig gut gefahren Danke, danke Geil Gut gemacht Bis ich nur noch wissen, wie man Donuts macht Ich hätte gern mit dir gefightet, aber muss ich sagen Ja, ich hab halt schon Die Reifen Geil Jetzt sind wir hier in Rackfest gelandet